Vor der amerikanischen Westküste geht etwas Seltsames vor sich. Schon seit einiger Zeit entweicht dort massenweise Methan und zwar aus Hunderten von Quellen auf dem Meeresgrund. Diese Blasen entweichen genau in der Region, die tektonisch gesehen zu den gefährdetsten der ganzen Welt gehört. Sind sie die Vorwarnung eines riesigen Erdbebens? Clixoom Science & Fiction, hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Die Gasströme entweichen aus der sogenannten Cascadia-Subduktionszone. Diese Region ist bekannt als Hochrisikogebiet für die vielleicht krassesten Erdbeben weltweit. In einem Abspann von wenigen Jahrhunderten kommen hier schwere Erdbeben mit verheerenden Folgen vor. Das letzte Megabeben fand im Januar 1700 statt. Ein gigantischer Tsunami war die Folge. Heutzutage ist die Region dicht besiedelt. Denken wir beispielsweise an den Ballungsraum Vancouver, Seattle, Portland mit Millionen von Einwohnern. Ein schweres Erdbeben hätte katastrophale Folgen, denn wirklich erdbebensicher gebaut wurde erst ab den 80er Jahren. Die Erklärung für das Entstehen von Erdbeben in dieser Region ist super einfach, denn in dieser Cascadia-Subduktionszone treffen kontinentale und ozeanische Krustenplatten aufeinander. Die Folge sind dann sogenannte Subduktionsbeben, die stärksten Erdbeben überhaupt. Auf der Richterskala erreichen solche Erschütterungen Magnitude 9. Oft dauert das Ganze länger als eine Minute und den Schätzungen zufolge entspricht die freigesetzte Energie dem Einschlag eines 1 Kilometer großen Asteroiden. Was passiert hier genau? Durch diese Kollision der kontinentalen und der ozeanischen Platte wird die ozeanische Kruste in den Erdmantel gedrängt. Der Kontinent wird an der Subduktionszone zusammengeschoben und die vorderste Kante folgt der absinkenden Platte in die Tiefe. Die Kruste dahinter wölbt sich auf und ist gespannt wie eine Feder. Irgendwann wird die Spannung aber zu groß und die Kontaktfläche schnellt in die Ausgangslage zurück. Dabei wird dann das Wasser darüber verdrängt und eine gewaltige Welle entsteht, die sich in Richtung der Küste bewegt. Doch nicht nur diese krasse Energie ist typisch für die Prozesse der Subduktionsbeben, sondern eben auch, dass sie relativ regelmäßig auftreten. Deshalb sind Forschungsteams mit Hochdruck dabei, die Beschaffenheit des Meeresgrundes in dieser Region besser zu verstehen. Eine wichtige Hilfe könnten die Methanblasen sein, die seit einiger Zeit vor der amerikanischen Westküste entweichen. Schon 2009 wurden die ersten Methanaustritte vor der Küste des Bundesstaates Washington aufgespürt. Doch was der Forscher Paul Johnson jetzt mit seinem Team entdeckt hat, überrascht selbst die Fachleute. Wenn man den Meeresgrund von Vancouver Island bis zum Columbia-Riffen entlang gehen würde, wäre man nie außer Sichtweite einer Blasenbeuge. Heißt also im Klartext. Der Kontinentalhang vor der US-Küste ist übersät von solchen Methanaustritten. Insgesamt 491 Cluster werden durch 1778 Gasquellen auf dem Meeresgrund rund 50 Kilometer vor der Küste gebildet. Das Aufspüren solcher Methanquellen funktioniert übrigens nicht nur mit sehr speziellen Messverfahren, sondern auch mit einer anderen, eher kuriosen Methode und zwar durch die Analyse von Satellitendaten. Das Forschungsteam weist darauf hin, dass sich häufig eine große Anzahl an Fischerbooten um die Austrittsstellen von Methan bilden. Der Grund dafür ist einfach, Fische sind dort auf der Suche nach Lebewesen, die wiederum Mikroorganismen fressen und diese wiederum bedienen sich am Methan. Der aktuellen Analyse zufolge befinden sich die Methanquellen in einer Tiefe von etwa 160 Metern auf einem schmalen Streifen von maximal 10 Kilometern Breite und zwar genau an der Stelle, an der sich die sogenannte ozeanische Juan de Fuca-Platte unter die nordamerikanische Kontinentalplatte schiebt. Durch diesen Prozess werden Sedimente abgeschabt und zwischen den Platten zusammengedrückt und dabei wird Methan herausgedrückt und entweicht in Form von Blasen aus dem Meeresboden. Eine weitere Erkenntnis, die Methanblasen treten eher im flachen Wasser auf. Das alles lässt das US-Forschungsteam vermuten, dass die Platten bei einem starken Erdbeben in der Region übereinander geschoben werden und dabei Brüche entstehen, durch die das Methan nach und nach entweicht. Dazu Johnson. Die Risse in dieser tektonischen Grenze liefern die Pfade, durch die das Methangas und warme Flüssigkeit aus den Tiefen entweichen kann. Bei einem Beben des Meeresbodens im flachen Wasser nahe der Küste könnte man also einen kleineren Zunami erwarten als bei einem Beben, das im Tiefenwasser stattfindet. Sprich, die Methanaustritte können die Vorboten eines großen Bebens sein und betroffen davon kann die komplette US-Westküste sein. Das heißt nicht, dass das Erdbeben auf einmal überall auftritt, aber dass im Laufe der Jahre die gesamte US-Westküste betroffen sein könnte. In Los Angeles und San Francisco wird ja schon länger ein großes Beben befürchtet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es im Laufe der nächsten 20 Jahre stattfinden. Die Methanblasen im Norden könnten der Vorbote einer Verkettung von Erdbeben sein. Es wird mit zehntausenden Toten und Milliarden Schäden gerechnet. Und es wird aus heiterem Himmel kommen. Niemand kann es genau vorhersagen, da helfen auch nicht die Methanblasen. Mehr zum Thema Tsunamis einfach erklärt, anklicken, anschauen und natürlich Raumzeit-Vlog der Zukunft abonnieren. Bis dann, bleibt dran!